Heute gibt es eine komplette Yoga-Stunde für dich. Wenn du ein bis zwei Jahre Yoga-Erfahrung hast, dann ist das genau das Richtige. Du wirst deinen Körper öffnen, kleine Herausforderungen spielerisch annehmen und damit kannst du auch den Alltag vergessen. Die Intention für die heutige Yoga-Stunde ist, ich öffne mich dem Leben. Anja hat eine lange Pause gehabt und sie startet heute wieder mit uns durch. Also viel Spaß, komm bitte an im Vierfüßler-Stand, leg dir eine Decke und einen Block mit in die Nähe, schließ mal deine Augen und dann starte ganz entspannt mit Katze-Kuh-Ausatmend rund werden, Rückbeuge einatmen und dann komm hier an deinem Körper an, und dann spür dich am Anfang, guter Kontakt zum Boden, über die Hände und Füße. Du wirst heute nochmal bewusst auch die Körpervorderseite öffnen, schöne Rückbeugen erwarten dich, die Oberschenkelmuskulatur wirst du dehnen, und dein Körper öffnen. Mach das noch zwei, drei Mal. Dein Atem fließt ganz ruhig, du atmest über die Nase ein und über die Nase aus und dann streckst du von hier aus mal direkt das rechte Bein nach hinten links dazu und du gehst in den herabschauenden Hund. Du kennst die Übung, lass die Augen geschlossen und dann zieh mal die Fersen abwechselnd Richtung Boden. Dann kannst du deinen Körper so langsam aufwecken, gut durchdehnen. Zieh dich auch mal diagonal in die Länge, drück die rechte Hand fest an den Boden, die linke Ferse Richtung Boden ziehen und dann umgekehrt. Und dann läufst du heute mal mit den Händen nach hinten zu deinen Füßen, komm in die Vorbeuge, erde die Füße und streck die Arme über vorne nach oben, die Hände zum Herzen. Ich habe heute eine neue Routine für dich, wir machen heute keinen Sonnenkurs, wir machen heute mal eine andere Mobility-Übung, Anja, ganz neu. Probier es aus, schieb mal die Arme, einatmen über vorne nach oben und du kommst in die Vorbeuge zurück. Schaust du nach vorne, lass die Augen geöffnet, krabbel mit deinen Händen nach vorne in den Liegestützarmen gestreckt. Sehr gut. Erste Runde machen wir langsam. Den rechten Fuß ziehst du zur rechten Handaußenseite, großen Schritt. Jetzt überleg dir, was ist die linke Hand? Die linke Hand lässt du am Boden und den rechten Ellenbogen ziehst du mal Richtung Boden. Genau. Kurz lösen einfach die Hand. Ja, sehr gut. Der linke Arm bleibt gestreckt. Und jetzt schiebst du den rechten Arm über die Seite wieder nach oben, öffne dich, ausatmen, rechte Hand zurück auf den Boden und dann schiebst du den rechten Fuß nach hinten, herabschauender Hund und jetzt läufst du mit deinen Händen wieder nach hinten. Sehr gut, das ist der Plan. Einatmen, schieb die Arme über vorne nach oben, Hände zum Herzen. Streck die Arme, einatmen, Vorbeuge, ausatmen. Du kommst nach vorne, Liegestütz, atme ein. Jetzt die andere Seite, linker Fuß nach vorne, linke Handaußenseite und dann ziehst du den linken Ellenbogen Richtung Boden. Du kannst die linke Hand auch lösen, nur den Ellenbogen so kurz antippen und dann streck dich wieder und dreh dich auf, linke Arm hoch zur Decke. Ausatmen, zurück, die linke Hand und du wanderst mit dem linken Fuß wieder nach hinten, herabschauender Hund. Sehr gut, noch mal einatmen. Ausatmen, lauf nach hinten mit deinen Händen. Dann schiebst du einatmen, die Arme über vorne nach oben, Hände zum Herzen. Mal ein bisschen was Neues für dich heute. Noch einmal jede Seite einatmen, streck die Arme, Vorbeuge, ausatmen. Lauf nach vorne, atme ein, Liegestütz. Ausatmen, hol dir deinen rechten Fuß nach vorn. Sehr gut, atme ein. Und dann kannst du mal den rechten Ellenbogen Richtung Boden ziehen, einatmen, dich wieder öffnen. Ausatmen, rechte Hand zurück, den rechten Fuß nach hinten schieben. Atme ein. Und dann lauf mit deinen Händen nach hinten zu deinen Füßen. Sehr gut. Einatmen, noch mal die Arme über vorne nach oben strecken, Hände zum Herzen. Die letzte Runde. Einatmen, streck die Arme, Vorbeuge, ausatmen. Lauf nach vorn, Liegestütz. Linker Fuß, großer Schritt nach vorn. Und dann zieh den linken Ellenbogen Richtung Boden, kurz tippen. Einatmen, öffnen. Anja hat es schon, Indus. Ausatmen, zurück. Linken Fuß nach hinten herab, schauender Hund. Jetzt bleib in der Position. Schenk dir ein paar tiefe Atemzüge. Nimm dieses Pulsieren wahr, diese neue Erfahrung, auch diese neue Sequenz für dich. Es geht nicht darum, alles perfekt machen zu wollen, sondern dem Leben mit Offenheit begegnen. Jetzt begegnest du gleich deiner offenen Hüfte. Liegestütz und leg dir eine Decke unter die Knie. Daniel wird immer gut bedient hier. Jetzt hol dir deinen rechten Fuß außerhalb deiner rechten Hand. Genau. Wir machen heute mal ein bisschen was Neues für dich. Wenn du einen Block hast, nimm einen Block mit. Deinen rechten Fuß, den schiebst du nach außen und den drehst du 30 Grad nach außen. Sehr gut. Wieso? Nee. Fuß einfach aufdrehen, so seitlich. Du kannst dir den Block unter die Hände legen. Bring mal die Hände auf den Block. Schließ deine Augen. Kreiere eine Länge im Rücken. Wichtig. Bauchdecke aktiv. Und aus dieser Position beginnst du mal, das Becken zu kreisen. Du schiebst das Becken nach vorn, nach rechts, nach hinten, nach links. Mach das in deinem eigenen Rhythmus. Dein Atem fließt frei. Und mach das wirklich auch aus so einer absoluten Entspanntheit, deinem Körper was Gutes zu tun. Nimm mal die Bewegung wahr, die entsteht. und dich erwarten jetzt drei Hüftübungen, um hier ein bisschen Platz zu schaffen für das, was heute noch folgt. Andere Richtung. Tiefe Atemzüge. Und dann kannst du auflösen, bringst deinen rechten Fuß zurück und wechselst selbstständig. Linker Fuß nach vorn, gern außerhalb deiner Matte. Leicht nach links außen aufdrehen, bis zum Platz im linken Hüftgelenk schaffen. Und dann starte auch hier mit einer kreisenden Bewegung, egal jetzt in welche Richtung. Und das Besondere an der Übung, du kannst mal die Augen schließen und wirklich auch schauen, spüren, wo entsteht die Bewegung bei dir. Dein Rücken ist lang und dein Becken, deine Hüfte kriegt ein bisschen Spielraum. Noch zwei Runden in die Richtung. Und dann in die andere Richtung, bitte. Hier auf YouTube habe ich wenige dieser kompletten Yoga-Stunden. Viele von euch haben sich das gewünscht. Und deshalb heute für dich die Möglichkeit mal komplett mit uns zu üben, inklusive Endentspannung. Du kannst dich freuen. Ja, wieder zurück, das linke Knie nach hinten. Leg mal den Block zur Seite. Und dann schiebst du dich in die Stellung des Kindes, die Knie ein Stückchen auseinander. Du kannst auch mal die Arme nach hinten schieben. Und schenk dir ein tiefes Durchatmen. Mal die Augen schließen, mal in den Körper eintauchen. Ich schlage die Klangschale an und du kannst mal in den Ton der Klangschale entspannen. Lass deinen ganzen Alltag von dir abperlen. Lass los. Einfach deinen Körper spüren, dich spüren, deine Bedürfnisse, den körperlichen Bedürfnissen auch nachgehen über die Yoga-Praxis. Du schiebst die Arme nochmal weit nach vorn, bist wieder im Vierfüßlerstand. Und bring einfach nochmal die Knie auf die Decke zurück. Eine ähnliche Bewegung jetzt. Du schiebst deinen linken Fuß zur Seite. Linke Ferse in Linie mit deinem rechten Knie. Das linke Bein beugst du ganz leicht und ziehst deinen Fuß nochmal ein Stückchen heran. Genau. Jetzt erdest du den linken Fuß und du kannst wieder das Becken kreisen. Und diese kreisenden Bewegungen, die geben dir eine richtig schöne Möglichkeit, auch nochmal den unteren Rücken zu entlasten. Die Lendenwirbelsäule bekommt Platz. Dein ISG, das kriegt auch ein bisschen mehr Spielraum. Die Kniegelenke, die Handgelenke, die Schultergelenke, alle profitieren von der Übung noch zweimal. Ruhige, tiefe Atemzüge. Dann kannst du nochmal in die andere Richtung kreisen. Und du merkst, wie sich dein Körper immer mehr öffnet. Genau. Manchmal knackt es auch mit in den Knien, in den Gelenken. das ist nichts Schlimmes. Und dann wechsel, komm auf die andere Seite. Du kannst dann in deinem eigenen Rhythmus wieder starten, das Bein beugen. Schau, dass dein Rücken lang bleibt. Das ist wichtig, die Halswirbelsäule lang. und genieße diese wirklich einfachen Bewegungen, die dich hier nochmal mit deinem Körper in eine gute Verbindung bringen, die mit deinem Körper etwas Gutes zu tun. heute mal 60 Minuten volles Programm für uns. nochmal in die andere Richtung drehen. Dein Atem, der fließt frei. Jetzt komm wieder zurück. Dein rechtes Knie neben dein linkes Knie. Die Knie gehen mal eng zusammen und du lässt die Zehen die Ballen aufgestellt und kannst dich jetzt mit deinem Gesäß auf die Fersen setzen. Hebe mal den Oberkörper an, verschränke die Finger und dreh die Handgelenke. Einfach so. Wenn dir das nicht möglich ist, für die Füße, für die Knie, einfach überkreuzt hinsetzen. Ansonsten ist die Übung sehr gut auch für deine Fußsohlen. Die brauchen auch ein bisschen Platz. Dreh nochmal in die andere Richtung. Und von hier aus geht es zurück in den Vierfüßlerstand. Leg mal die Decke zur Seite. Herabschauender Hund. Du prüfst den Abstand nochmal. Wir treffen uns im Liegestütz. Atme ein. Du kannst Anja die Füße ein Stück nach hinten schieben. Ausatmen. Herabschauender Hund. Einatmen. Liegestütz. Jetzt gehen wir mal kurz in die Kraft. Bring die Füße zusammen. Kreiere eine Stabilität im Bauch, indem du das Steißbein leicht nach innen ziehst. Bauchnabel, untere Rippen gehen nach innen und von hier aus kommst du auf die Unterarme. Bums. Kann man auch einzeln machen. Muss man nicht runterfallen. Aber ich habe es nicht angesagt. Woher sollst du es wissen? Du läufst mit deinen Füßen nach hinten. Genau. Unterarmstütz. Weiter atmen. Haltet die unteren Rücken ganz stabil. Aktive Körpermitte. Jetzt lauf mit deinen Füßen nach rechts. Außerhalb deiner Matte. Blick anheben. Zwei Atemzüge nur. Schau, dass das Becken seitlich nicht kippt. Halte diese Stabilität im Becken, im Bauch. Tief ein und tief ausatmen. Komm wieder zurück über die Mitte. Lauf mal bitte nach links. Auch hier Kraft in deiner Bauchmuskulatur. Anja, wie sieht es aus? Geht schon. Es wird warm. Sehr gut. Wieder zurück. Und jetzt bitte ich dich noch mal ganz konzentriert mitzumachen. Heb den Blick leicht an. Es wird besser. Lauf mit deinen Füßen zehn Zentimeter nach hinten. Es geht. Und jetzt legst du zuerst die Knie ab und das Becken ab und du bist in der Sphinx. Schön. Die Füße kannst du nach hinten ausstrecken. Wenn du für dich merkst, es ist zu eng im unteren Rücken, dann kannst du mit deinem Ellenbogen, mach das mal an, nochmal fünf Zentimeter nach vorn wandern. Schließe jetzt die Augen. Genau. Und jetzt entspannst du in die Position hinein. Lass dein Herz ganz offen und weit werden, indem du die Schulterblätter zueinander ziehst. Die Schultern gehen nach hinten unten. Und für mich ist diese Position so besonders, da sie eine schöne Beweglichkeit in deiner Brustwirbelsäule kreiert. Und das kannst du jetzt unterstützen noch einmal. Schließe mal deine Augen und wandere mal mit einer Aufmerksamkeit zur Krone des Kopfes. Ja, die Anja richtet sich gleich auf. Cool. Und jetzt schiebst du eher gedacht die Krone vom Kopf etwas höher. Ein paar Zentimeter geht was. Zieh die Wirbelsäule lang und jetzt kannst du von der Basis deiner Brustwirbelsäule wirklich so jeden einzelnen Wirbel so leicht nach vorn schieben und dich in eine entspannte Rückbeuge atmen. Die Halswirbelsäule ist lang Gesäßmuskulatur locker und die Rückbeuge und das ist wichtig jetzt die entsteht aus deiner Brustwirbelsäule. Das Ganze darf sich gut und offen anfühlen. Du bist mit dir deinem Körper in Verbindung und bist offen und bereit für das Leben. Ein und ausatmen. Tief ein tief aus Jetzt wird es entspannt leg die Hände am Boden ab mach mit deinen Händen Kissen drehe mal deinen Kopf zur Seite und du kannst das Becken nochmal nach links und rechts schaukeln so eine ganz kleine entspannte Bewegung und dann lass wieder Ruhe einkehren ich schlage nochmal die Klangschale für dich an entspann dich ein bisschen mehr entspann dich in deinen Körper kannst innerlich nochmal loslassen nimm dich wahr jetzt genau in dem Moment diesen Luxus zu Hause die Matte auszurollen und dir eine positive Aufmerksamkeit zu schenken noch zwei drei tiefe Atemzüge dann beug mal beide Beine und du schaukelst locker mit deinen Knien mal nach links und nach rechts du musst das hier nicht übertreiben einfach so eine kleine Bewegung die dann im unteren Rücken ankommt wie so eine kleine Massage auch und dann streckst du beide Beine aus wir gehen zusammen den halben Frosch dazu ziehst du das rechte Knie außerhalb deiner Matte und du könntest so wie wir das machen dir auch eine Decke unter das rechte Knie legen dein Blick geht nach links den Kopf ablegen und wir bleiben für fünf gemeinsame tiefe Atemzüge atmen mal komplett aus ich zähle dich mit durch tiefes Einatmen über die Nase vollständiges Ausatmen fünf Erde leer tiefes Einatmen ausatmen über die Nase vier entspannen den Körper tief Einatmen ausatmen drei las los einatmen ausatmen zwei tief ein und ausatmen eins wechselt dann selbstständig rechten Fuß zurück rechtes Bein zurück beugt das linke Bein dann nutzt gern die Decke als Unterstützung dein linker Fuß dreht auch nach außen Kopf drehst nach rechts und auch hier nochmal schön ins Becken entspannen hast jetzt eine schöne intensive Dehnung deiner Adduktoren links Innenseiten der Oberschenkel eine gute Übung die auch die Rückenmuskulatur dehnt aber gleichzeitig auch entspannt auch hier fünf Atemzüge gemeinsam ausatmen tief ein ausatmen fünf entspannt dich in den Körper tiefes ein ausatmen vier tief ein ausatmen drei einatmen ausatmen zwei tief ein und ausatmen eins hol dir das linke Bein zurück und jetzt gehen wir zusammen mal in den Bogen Danu Asana das haben wir ganz selten bisher in den Videos gemacht kennst du das? Nö Anja kennst nicht solltest du kennen deshalb üben wir es jetzt zusammen beug mal die Beine Hände gehen zu den Knöcheln kennst du garantiert der Kopf ist noch abgelegt und hier gibt es noch ein paar Hinweise für dich du ziehst die Knie zueinander und du kannst mit deinen Händen höher Richtung Spann laufen zu den Zehen aktiviere mal die Zehen und zieh die Zehen auseinander dein Kopf bleibt noch abgelegt du hebst schon mal die Schultern an und als erstes löst du langsam die Knie so wie das dein Körper ermöglicht mal die Knie anheben nach oben ziehen geht es noch ein bisschen hoch und jetzt hebst du den Oberkörper an und du spannst den Bogen hebst den Blick an du kannst die Arme ganz leicht beugen und dann bleib in der Position für zwei drei tiefe Atemzüge falls du mit deinen Händen die Füße nicht fassen kannst ist es jetzt nicht so schlimm könntest du auch alternativ einen Gürtel nehmen das ist eine gute Dehnung der Oberschenkel und jetzt langsames Auflösen nochmal bitte ausstrecken die Beine Hände machen nochmal ein Kissen und du schiebst oder schaukelst ins Becken ein bisschen nach links und rechts Spür mal ganz bewusst nach diese Rückbeuge unterstützt von der Körperrückseite die die Körpervorderseite geöffnet hat merkst du vielleicht jetzt einen Unterschied es lohnt sich im Yoga Dinge zu wiederholen deshalb gehen wir jetzt noch einmal in den Bogen beug die Beine such dir den Spann weißt wie das jetzt abläuft löst die Knie heb den Oberkörper an in deinen Möglichkeiten und jetzt kannst du mal den Spann bewusster in die Hände drücken und gegen diesen Widerstand kannst du dich noch ein Stückchen weiter öffnen ein und ausatmen tief ein ausatmen drei tief es ein ausatmen zwei tiefes ein ausatmen löse langsam auf Zehen hinten aufstellen und dann langsam und bewusst schiebst du dich in den herabschauenden Hund beug die Beine schieb dein Gesäß nach hinten oben und dann könnt ihr hier ein tiefes durchatmen schöner ausgleich für die tiefe rückbeuge die wir gerade geübt haben geh nochmal den Bewegungen nach die dein körper jetzt intuitiv einfordert kannst du dich diagonal in die länge ziehen auch nochmal die fersen abwechselnd richtung boden holen jetzt laufen wir mit den füßen in die Mitte der Matte bereite mal die hocke vor bring die füße weiter auseinander und dann setz dich in die hocke die hände vor dem herzen zueinander schließ die augen und hier kannst du nochmal locker nach links und rechts schaukeln jetzt hast du reichlich 20 minuten 20 25 minuten yoga in deinem körper spür schon mal die veränderung zum anfang der yogastunde und auf dich wartet gleich eine meiner lieblings sequenzen müssen die spannung steigern vier füßler stand und im vier füßler stand bist du so wie die anja so in der mitte deiner yoga matte angekommen und leg dir nochmal eine decke unter deine knie einen block legst du dir vorn mit hin den kannst du später mit nutzen jetzt ziehst du dir den rechten fuß vor zwischen die hände großer schritt dein linker fuß bleibt hinten aufgestellt füße hüftgelenks breit und du streckst mal das linke und jetzt kannst du den linken fuß vielleicht so 5 bis 10 cm nach hinten schieben sehr gut ausfall schritt die zehnen ballen drückst du hinten kraftvoll in den boden jetzt kannst du den linken oberschenkel mehr anspannen die kraft entsteht in den füßen ziehst du von außen ins becken halte das hier jetzt wird es spannend verschränk die finger hinterm kopf dein oberkörper bleibt abgelegt auf einem rechten oberschenkel einfach noch ein stückchen runter gehen oberkörper runter ja kraftvolle körper mitte bauchdecker aktiv und jetzt hast du hier schon mal eine schöne öffnung in deiner hüfte kraft auch halte das und wirklich langsam mit der einatmung hebt den oberkörper an richte dich auf bauch zieht wieder nach innen ohne hohlkreuz einmal wiederholen wir das kippen nochmal mit dem oberkörper nach vorn einatmen langsam nach oben aufrichten sehr gut bleibe im focus beim atem ein und aus atmen du schiebst die arme über vorn nach oben hoch zur decke führe dich nach oben verlängert schurtern locker ja und jetzt wirklich langsam zieht das linke knie richtung boden wenn du Glück hast landest du auf der decke bei dir nicht nach hinten hände zum herzen tiefes weiter atmen bereiten anchania asana vor augen geöffnet hebt den blick an heute ohne hände lass mal die hände vor herzen bauch decke aktiv und du schiebst ein rechtes knie nach vorn ins becken nach vorn steiß bein zieht nach innen langes atmen ganz kleine bewegung schieb das becken nochmal fünf bis zehn centimeter nach hinten das knie nach hinten schieben und dann gehst du ausatmen nochmal in die dehnung gut noch noch dreimal nach hinten sanft in die dehnung gehen noch zweimal ausatmen ein letztes mal tief ein gehen die dehnung an jania asana halte das bleib hier für einen moment bauchdecke aktiv jetzt kannst du so ganz leicht nochmal in die rückbeuge gehen hebt dein herz an halswirbelsäule lang und öffne dich du kannst gern die augen öffnen fixieren punkt bei dir zu hause im raum bleib dort mit deiner aufmerksamkeit gib deiner körper vorderseite richtig viel raum jetzt langsam beug das linke bein das ist echt fies zieh die linke fers Richtung gesäß ja linke hand an den linken spann rechte hand stabilisiert am rechten knie bleib hier für einen moment auch hier du kannst den linken arm leicht beugen halte diese idee von rück beuge und schick deinem linken oberschenkel eine liebevolle aufmerksamkeit machst du sehr gut und wenn du jetzt mit uns einen schritt weiter gehen möchtest kannst du die rechte hand dazu bringen und an den linken spann falls das für dich zu viel ist auch nicht schlimm die kunst liegt im weglassen zwei atemzüge noch tief ein tief ausatmen tief aus jetzt wirklich langsames auflösen die Hände zurück die Hände zurück auf die Matte und und dann schiebst dein rechtes Knie nach hinten Stellung des Kindes wir gönnen uns mal eine kleine Pause schieb die Arme nach hinten nimm diese Pause jetzt bewusst an entspann noch mal in den Körper verlängere die Ausatmung entspannen in dein Becken in die Körperrückseite tieferes vollständigeres Ausatmen schieb noch mal die Arme nach vorn Vierfüßler Stand du kannst ja genau mit deinen Knie ein Stückchen zum Anfang deiner Decke rutschen dann hast du es später leichter jetzt geht dein anderer Fuß nach vorn sollte der linke Fuß sein setz die Zehen hinten auf am rechten Fuß streck das rechte Bein aus und schieb deinen Fuß noch so ganz leicht nach hinten ein Stückchen genau wieder stabile Körpermitte Bauchdecke aktiv rücken lang heb die Mundwinkel an verschränke die Finger hinterm Kopf mehr machst du nicht halte das und atme eine fiese Übung gerade jetzt hier nochmal die Hüftmuskulatur die muss richtig gut arbeiten und das spürst du jetzt gerade auch die ausdrück die Füße in den Boden einatmen langsam den Oberkörper an das macht dein Psoas übrigens diese Bewegung und unterstützt er ausatmen wieder zurück Oberkörper ablegen nochmal mit der nächsten Einatmung komm langsam nach oben halte das bleib in der Aufrichtung schieb die Arme nach oben zieh dich lang jetzt bringst du die Hände vor deinem Herzen zueinander die Schultern bleiben hinten und wirklich langsam bewusst beug das hintere Bein und zieh das rechte Knie auf dem Boden ablegen gut gemacht für Anjaneya Asana kannst du den linken Fuß noch so 5 Zentimeter nach vorn schieben Stückchen und dann atme neu ein und mit einer Ausatmung schiebst du das linke Knie dein Becken nach vorn und du bleibst in der Aufrichtung steiß Bein nach innen Rücken möglichst lang halte das Füße geerdet einatmen ins Becken noch mal leicht nach hinten schieben ausatmen in die Dehnung entspannen noch dreimal für dich eigener Atemrhythmus sollte jetzt schon eine gute intensive Erfahrung für dich sein und dann bleibst du in der Dehnung öffne die Augen und Anja wie ist es für dich gutes Programm heute das Becken nach vorn schieben weiter atmen Fokus an der Wand halte das hier und du kannst jetzt das hintere beim beugen rechte Hand entspannen bleib hier für einen Moment nochmals Becken aufrichten die Schuhe dann leicht nach hinten ziehen und wenn du jetzt einen Schritt weiter gehen möchtest linke Hand dazu du hast beide Arme gebeugt das Herz hebst du höher du leuchtest du atmest und vielleicht kannst du dich innerlich auch freuen auf diese Erfahrung den Körper so intensiv zu erleben wie jetzt tiefer hin und tiefer ausatmen sehr gut Anja ich freue mich dass es so gut läuft bei uns wir lösen auf du auch Hände zurück nochmal herabschauender Hund linker Fuß nach hinten kannst die Decke zur Seite legen und jetzt läufst du mit den Füßen die Mitte deiner Matte beug mal die Beine und komm nochmal bitte in die Hocke Anja du kannst dich jetzt mal einfach hier vorne hinsetzen und ich zeige jetzt was unser Plan ist für die heutige Yoga Stunde und da wirst du dann mit uns gemeinsam hingehen das ist übrigens das Titelbild vom Video spannend also es wird der Halbmond mit Bein gebeugt ich zeige dir das und dann hast du es leichter du stehst aufgerichtet der Block liegt vor dir in Verlängerung vom linken Fuß und du machst gleich folgendes du kippst nach vorn rechtes Bein anheben kommst mit deiner linken Hand auf dem Block so leicht nach links versetzt die rechte Hand an die rechte Hüfte dreh die rechte Hüfte auf und jetzt wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest hast du gut geübt heute beug das rechte Bein Hand sucht sich den Spann und hier kannst du dich auf drehen Adha Chantra Chapasana so heißt die Übung und dann kannst du wieder auflösen und du kommst zurück zum Stehen und das wirst du gleich üben komm auf deine Matte zurück platziere den Block vor dich und wir werden das erst noch vorbereiten Füße eng zusammen es gibt mal mehr Gewicht auf den linken Fuß gibt eine schöne Trocken Übung rechtes Bein beugen rechte Hand an entspannen und das machst du fünf mal einfach schnell lösen und einfach dass du das Gefühl hast den Fuß leicht zu fassen letztes Mal halte den Fuß hier ist es wichtig das Knie ziehst du Richtung Körper Mitte bleib aufgerichtet schieben mal den linken Arm zerdecke und nicht viel so ein kleines Stückchen kippst du nach vorn zieh die hintere Ferse weg vom Gesäß sehr gut komm nach oben auf lösen direkt auf die andere Seite links beugen heranziehen und das machst du noch fünf Mal wenn dir diese Bewegung schon schwer fällt ist es dann im halben natürlich umso schwerer also stress dich damit nicht lass das linke bein jetzt gebeugt zur Körpermitte heranziehen dich im Becken aufrichten schieb den rechten Arm zur Decke und dann gibst du ein Stück nach vorn genau du darfst wackeln du darfst alles einatmen nach oben Hände zum Herzen schließt die Augen schenk dir ein tiefes durchatmen lass noch für einen Moment deine Augen geschlossen und erlaube es dir wirklich spielerisch jetzt mit uns diese Übung für dich auszuprobieren ohne Ehrgeiz ohne Perfektionszwang spielerisch dem Leben sich öffnen sehr gut öffne die Augen Füße zusammen du hast den Block am besten so mittig vor dir hingelegt so 30 Zentimeter und jetzt gibst du mehr Gewicht auf den rechten Fuß bring mal die Hände an die Hüfte und jetzt hebst du das linke Bein an dein Oberkörper kippt nach vorn das Bein nach hinten genau die rechte Hand sucht sich den Block den kannst du Stück nach rechts versetzen jetzt wird es stabiler und die linke Hüfte die drehst du auf sehr gut dein Blick bleibt unten du kannst in der Position bleiben oder du beugst das linke Bein und die linke Hand sucht sich den Spann das sollte bei dir ganz gut gehen Anja bleib hier Bauchdecke aktiv und jetzt drückst du deinen linken Spann wieder in die Hand die linke Schulter zieht nach hinten denk Rückbeuge wir haben die Sphinx geübt heute genau diese Qualität hast du jetzt zwei tiefe Atemzüge noch tief ein tief ausatmen tief ein tief aus sehr gut noch einmal tief ein ausatmen langsam auflösen linken Fuß Erden Hände zum Herzen komm nach oben spüre nach und jetzt gehst du mit dieser selben Aufmerksamkeit auf die andere Seite öffne die Augen den linken Fuß erden den rechten Fuß hebst nach hinten an dein Oberkörper kippt nach vorne könnte man auch reingehen wir machen das so linke Hand auf dem Block nach links versetzt rechte Hand an die rechte Hüfte du hebst die rechte Hüfte an drehst die nach oben Bauchdecke aktiv das ist wichtig du agierst aus einer stabilen Mitte jetzt beugst du das rechte Bein und und die Hand sucht den Spann sehr gut halte den Fokus drück den linken Fuß und jetzt gehst du in die Rückbeuge die Schurdeblätter ziehen zueinander dein Herz kann leuchten dein ganze den körper öffnet sich tief ein und vollständiges aus handeln und von hier aus achtsames auflösen rechte Fuß zurück beug nochmal die Beine für die Hocke die Augen schließen nach links und rechts schaukeln mit dem Becken und jetzt gibt es diesen magischen Satz im Yoga komm entspannt auf dem Rücken an und leg dir einen Block und die Decke nochmal mit in die Nähe stell mal die Füße auf vor deinem Gesäß matten breit die Knie berühren sich leg mal die Hände locker auf deinen Bauch schlag die Klangschale an und nutzt diesen tun um nochmal in den Körper zu entspannen nimm nimm dich wahr jetzt genau in dem Moment nach der Herausforderung auch wie du dich jetzt wieder davon lösen kannst es folgt schöne entspannte Abschlusssequenz und dann wirst du die Entspannung genießen können bring mal die Arme auseinander 90 Grad ausbreiten die Flügel einfach zur Seite ausstrecken die Füße lässt du matten breit die Handflächen drehen Richtung Decke die Schultern können entspannen und dann ziehe auch mal die Knie matten breit auseinander und beide Knie kippen nach rechts Einatmen Mitte Ausatmen links und das machst du für dich ein paar Mal wirklich so deinem eigenen Atemrhythmus folgen bei jeder Bewegung schick so eine Entspanntheit ins Becken in die Hüfte in dein Rücken in die Wirbelsäule bis hoch in den Schulterbereich und dann komm zurück in die Mitte heute haben wir noch mal was schönes vor öffne mal die Augen und du streckst dein rechtes Bein nach vorn aus das linke Bein Richtung Decke nach oben Wenn du einen Block hast wäre das super du kannst das linke Bein weit nach rechts sinken lassen und dann lohnt es sich einen Block unter das rechte Schienbein zu legen schließt die Augen und dreht den Kopf nach links entspannen in die Schultern wir wir haben wir haben so oft die Oberschenkel Muskulatur gedehnt und deshalb kannst du den nächsten Schritt mit uns üben überleg dir nochmal was ist dein rechtes Bein und das kannst du beugen und die linke Hand sucht sich den rechten Spann jetzt lass die linke Schulter entspannter in den Boden sinken bleib hier für einen Moment tiefe Atemzüge es gibt noch eine zusätzliche Herausforderung wenn du hier mit dir vollkommen happy bist bleib einfach in der Position wenn du einen Schritt weiter mit uns gehen möchtest öffne die Augen zieh das linke Knie zu dir heran und die rechte Hand sucht sich den linken Spann die linke Fuß Außenseite und jetzt streckst du das linke Bein aus und kannst es leicht wieder am Boden ablegen oder einen Block nutzen das wäre die volle Position jeder kann und keiner muss das ist immer beliebtes gutes Motto entspann dich bleib hier noch für drei Atemzüge ein und ausatmen ich öffne mich dem Leben und das kann auch manchmal heißen dass du Dinge auch mal bewusst weglässt und entspannt mit dir bleibst löst dann langsam auf alles wieder zurück streck dich nochmal durch schieb die arme nach hinten die füße weit nach vorn und dann geht es auf die andere seite die arme zur seite ausstrecken nochmal wie flügel ausbreiten heb dann das rechte bein an nimm dir gern den Block lass das rechte bein weit nach links kippen dann kannst du das Bein ablegen den Kopf dreht nach rechts genieß dich genieß diese position wenn du einen schritt weiter gehen möchtest kannst du uns folgen beug dann das linke bein und die rechte hand sucht sich den spann tiefe atemzüge und die letzte option ist schon echt eine große herausforderung muss nicht jeder machen kannst in der variante bleiben oder oder du ziehst das rechte Knie zu dir heran die linke hand an den rechten Fuß den Fuß außen Seite greifen und dann das Bein ausstrecken das Ganze sollte sich für dich noch entspannt anfühlen gut gedehnt verbunden mit dir deinem Körper deinen Atem gönn dir noch vier lange tiefe und vollständige Atemzüge nach dem vierten Atemzug kannst du dann selbstständig auflösen und dann wieder zurück streck nochmal die Beine nach vorne aus die Arme weit nach hinten dann ziehst du die Knie zu dir heran fürs Badakonasana am liegen gehen die Fußsohlen zusammen Hände zu den Fußaußenseiten Schurden entspannt und jetzt kannst du nochmal ins Becken in die Hüfte deine Aufmerksamkeit schicken in Ruhe eine Weite die Gesichtsmuskeln sind entspannt und weich dein Atem ganz ruhig lass gern die Augen geschlossen und von hier aus ist der Weg frei ins Happy Baby die Fersen über die Knie die Knie nochmal Richtung Achselhöhlen ziehen musst dich hier nicht stressen das Becken bleibt möglichst abgelegt die Schultern entspannt halte die Hände an deinen Füßen und kannst du mal das rechte Bein in deinen Möglichkeiten nach rechts strecken wieder beugen einmal das linke Bein nach links strecken wieder beugen löse auf alles nochmal aus strecken zieh dich lang und jetzt ist perfekte Zeit für die Ententspannung kannst dich zu Hause bequem hinlegen und gönn dir wirklich diesen Moment jetzt mit uns nochmal in die Ruhe einzutauchen deck dich zu Hause gern zu was auch eine schöne Möglichkeit ist du kannst eine Decke rollen die unter die Knie legen freut sich nochmal der untere Rücken die Handflächen schauen Richtung Decke alle Anspannung loslassen und gib das ganze Körpergewicht an den Boden ab Öffne mal deinen Mund ganz weit bis ein Ziehen im Kiefergelenk entsteht und dann entspann dein Kiefergelenk schließ den Mund entspann die Gesichtsmuskulatur und ich zähle von Zehen rückwärts und mit jeder Zahl kannst du immer mehr in den Körper entspannen ein zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins lass deinen Atem ganz ruhig und ganz natürlich werden scanne deinen Körper ab und da wo du noch Anspannung spürst schick dein Atem dorthin und entspanne in den Bereich hinein Spür auch mal die einzelnen Übungen nach wo konntest du heute loslassen wo hast du unnötig festgehalten ohne das jetzt zu werden einfach noch mal wahrnehmen und auch das wieder loslassen ich werde jetzt für dich noch dreimal die Klangschale anschlagen und mit jedem Mal erlaub dir in den Körper zu entspannen den Atem wird ruhiger länger und auch durchlässiger Dein Körper ist schwer ist tiefenentspannt es gibt nichts mehr zu tun es gibt auch nichts mehr zu erreichen Dein Körper ist offen Energie fließt bis in die letzte Zelle Deines Körpers Du bist mit dir und deiner Energie in Verbindung und jetzt nutzt nochmal diesen ganz besonderen Moment denke an etwas was du erreichen willst in deinem Leben ein klar nach vorn gerichteter Satz und wiederhole den Satz dreimal in Gedanken das jetzt wieder Bewegung einkehren im Körper über die Finger Füße Arme und Beine du kannst die Arme nochmal ganz weit nach hinten schieben die Füße weit weg von dir zieh dich nochmal lang den und streck dich durch und dann stellst du die Füße auf vor deinem Gesäß und rollst dich über die rechte Körperseite hoch zum Sitzen die Hände gehen vor deinem Herzen zueinander ins Anjali Mudra das Mudra der Dankbarkeit bedanke dich bei dir selbst für die Übungsstunde möge Yoga dir helfen dass du dich immer wieder dem Leben neu öffnen kannst atme aus atme ein öffne die Augen löse die Hände ja wichtig wenn du das ganze Video mit uns geübt hast das ist für uns großartig hinterlass bitte einen Kommentar schreib uns mal wie dir das ergangen ist es freut uns wirklich von dir zu lesen das Video haben wir auch für dich gemacht wenn dir die Yoga Stunde gefallen hat dieses Konzept Anja und ich also ich biete immer eine Zoom Live Stunde an und die Information findest du unter dem Video in der Beschreibung da kannst du live mit uns üben schönste Form um Yoga zu machen ansonsten empfehle das Video weiter den Kanal abonnieren und das Video gerne teilen lass es dir gut gehen und super dass du mit dabei warst danke dir tschüss namaste namaste